so jetzt gibt es einen richtig schönen römischen lichter vergleich einmal ein römisches licht von nico das schon etwas älter mit dem römischen licht von funke dem neuen sind beide identische effekte wie gut die sind oder wie die sich vergleichen beide in der farbe rot den römischen licht von nico so jetzt direkten vergleich hier links das neue funke römische licht in rot ich muss sagen das neue römische licht von funke das allerneueste ist ein takt besser als das und